Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Debatte um Reform der Schuldenbremse durch Haushalt 2025 befeuert. Die Debatte um Schuldenbremse entzündet sich erneut aufgrund des Haushaltsplans 2025. Die geplanten Ausgaben im Bundeshaushalt 2025 haben eine Erneuerung der Diskussion über die Schuldenbremse in Deutschland ausgelöst. Kritiker des Haushaltsentwurfs, darunter zahlreiche Wirtschaftsexperten und Oppositionsparteien, fordern eine striktere Beibehaltung des Prinzips der Schuldenbremse, die eine Begrenzung neuer Verschuldung in der Verfassung festschreibt. Laut dem aktuellen Stand des Bundeshaushalts 2025 sind umfangreiche Ausgaben in verschiedenen Bereichen geplant, von der Infrastruktur über Bildung bis hin zu Umwelt und Klima. Trotz wirtschaftlichen Aufschwungs und steigender Steuereinnahmen hat die Bundesregierung neue Schulden einkalkuliert, um die ehrgeizigen Ziele umzusetzen. Quelle Bundesfinanzministerium 2025. Anhänger der Schuldenbremse argumentieren, dass diese notwendig ist, um zukünftige Generationen nicht über Gebühr zu belasten und die Wirtschaftstabilität zu sichern. Sie sehen in der derzeitigen Politik der Regierung einen Verstoß gegen die Verfassung und fordern weniger Neuverschuldung. Quelle, Institut der deutschen Wirtschaft 2025. Die Regierung und ihre Unterstützer wiederum betonen, dass Investitionen in die Zukunft und in gesellschaftliche Prioritäten unerlässlich sind. Sie argumentieren, dass die Schuldenbremse flexibel gehandhabt werden sollte, um notwendige Ausgaben zu decken und dass die aktuelle finanzielle Situation Deutschlands dies zulässt. Quelle, Bundesregierung, 2025. Die Debatte um die Schuldenbremse und den Bundeshaushalt 2025 wird voraussichtlich weitergehen, da angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Wirtschaftsexperten, Politiker und Bürger müssen gemeinsam einen Weg finden, um sowohl die finanzielle Stabilität zu gewährleisten, als auch in wichtigste Sektoren zu investieren, die die Basis für Deutschlands Zukunft darstellen. Autorin Anita Farke, Freitag, 3. Mai 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.